Der Narlist, der Tempel von H.P. Lovecraft An der Küste Yucatans aufgefundenes Manuskript Am 20. August 1917 übergebe ich, Karl Heinrich Graf von Altenberg-Ehrenstein, Korvettenkapitäne der kaiserlichen deutschen Marine, und verantwortlich für das Unterseeboot U29, diese Flaschenbotschaft dem Atlantischen Ozean, an einer mir unbekannten Stelle, die sich vermutlich 20 Grad nördlicher Länge, 35 Grad westlicher Breite befindet, wo mein Boot manövrierunfähig am Meeresboot liegt. Ich handle der Gestalt aus dem Wunsche heraus, der Öffentlichkeit gewisse Tatsachen darzulegen, was ich aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr persönlich werde tun können, da die mich umgebenden Umstände so bedrohlich wie außergewöhnlich sind. Diese beziehen sich nicht nur auf die hoffnungslose Lahmlegung der U29, sondern auch auf die verheerende Minderung meines eisernen deutschen Willens. Am Nachmittag des 18. Juni torpedierten wir, wie es der auf Heimatkurs nach Kiel befindlichen U61 über Funk mitgeteilt wurde, das britische Frachtschiff Victory, das von New York nach Liverpool unterwegs war, bei 45 Grad 16 nördlicher Länge und 28 Grad 34 westlicher Breite. Wir gestatteten der Mannschaft, in die Boote zu steigen, um gute Kameraaufnahmen für das Admiralitätsarchiv zu gewinnen. Das Schiff versank in pittoresker Weise mit dem Bug voran, das Heck erhob sich hoch aus dem Wasser, derweil der Rumpf lotrecht zum Grund des Meeres schoss. Als wir gegen Sonnenuntergang wieder auftauchten, fand man an Deck die Leiche eines Matrosen, dessen Hände in seltsamer Weise um die Reling gekrallt waren. Der arme Bursche war jung, recht dunkelhäutig und sehr stattlich, vermutlich ein Italiener oder Grieche und zweifelslos zur Besatzung der Victory gehörig. Er hatte offensichtlich Zuflucht bei eben jenem Schiff gesucht, das dazu gezwungen gewesen war, sein eigenes zu zerstören, ein weiteres Opfer des ungerechten Angriffskrieges, den die englischen Schweinehunde gegen unser Vaterland führen. Unsere Männer suchten ihn nach Erinnerungsstücken ab und fanden in seiner Manteltasche einen sehr sonderbaren Gegenstand aus Elfenbein, der das Lorbeer gekrönte Haupt eines Jünglings darstellte. Mein Offizierskamerad Leutnant Klenze war der Ansicht, das Objekt sei von hohem Alter und künstlerischem Wert, weshalb er es an sich nahm. Wie es in den Besitz eines gewöhnlichen Matrosen gelangt war, konnte keiner von uns beiden sich vorstellen. Als man den Toten über Bord warf, ereigneten sich zwei Zwischenfälle, die unter der Mannschaft für viel Aufregung sorgten. Man hatte dem Burschen die Augen geschlossen, doch als man seine Leiche zur Reling schleppte, waren sie weit offen, und etliche Unterlagen offenbar der merkwürdigen Täuschung, dass sie starr und spöttisch auf Schmitt und Zimmer blickten, die sich über den Leichnam beugten. Bootsmann Müller, ein älterer Mann, der es hätte besser wissen müssen, wäre er nicht ein abergläubisches, elsässisches Schwein gewesen, brachte dieser Eindruck derart aus Erfassung, dass er die Leiche im Wasser beobachtete, und er schwor, nachdem sie ein wenig gesunken sei, habe sie die Glieder in Schwimmposition gebracht und sei unter den Wellen in südlicher Richtung schnell hinfortgetaucht. Glänze und ich mochten diese zur Schaustellung bäuerlicher Dummheit gar nicht und rügten die Männer heftig, insbesondere Müller. Am nächsten Tag entstand eine sehr heikle Lage durch die Unpestlichkeit eines Teils der Mannschaft. Offenkundig litten sie unter der nervlichen Belastung unserer langen Fahrt und hatten schlechte Träume. Einige wirkten sehr benommen und stumpfsinnig, und nachdem ich mich vergewissert hatte, dass sie ihre Schwäche nicht vortäuschten, befreite ich sie von ihren Pflichten. Die See war recht rau, weshalb wir auf eine Tiefe hinabtauchten, in der der Wellengang weniger spürbar war. Hier war es vergleichsweise ruhig, ungeachtet einer recht verwirrenden Südströmung, die wir auf unseren ozeografischen Karten nicht orten konnten. Das Stöhnen der kranken Männer war entschieden ärgerlich, doch da es die übrige Mannschaft nicht zu demoralisieren schien, ergriffen wir keine schärferen Maßnahmen. Wir hatten vor, dort zu bleiben, wo wir waren, und dem Linienschiff Dacia den Weg abzuschneiden, das die Agenten in New York in ihren Berichten erwähnt hatten. Am frühen Abend stiegen wir zur Wasseroberfläche auf und fanden einen weniger schweren Seegang vor. Die Rauchfahne eines Schlachtschiffes befand sich am nördlichen Horizont, doch die Entfernung und die Fähigkeit der U-29 zum Untertauchen gewährleisteten unsere Sicherheit. Was uns mehr beunruhigte, war das Gerede von Bootsmann Müller, das mit Herannahen der Nacht immer verrückter wurde. Er befand sich in einem abscheulich-kindischen Zustand und stammelte etwas über Leichen, die unter Wasser an den Bullaugen vorbeitrieben, Leichen, die ihn anstarrten, und die er trotz ihres aufgedunsenen Zustandes als Männer erkannte, die er während einiger unserer siegreichen deutschen Heldentaten hatte sterben sehen. Und er sagte, der junge Mann, den wir gefunden und über Bord geworfen hatten, sei ihr Führer. Dies war sehr schauerlich und abnorm, weshalb wir Müller in Ketten legten und tüchtig auspeitschen ließen. Die Männer waren nicht erfreut über seine Bestrafung, doch war Disziplin von Nöten. Zudem schlugen wir die Bitte einer Delegation unter der Leitung des Matrosenzimmer aus, den sonderbaren geschnitzten Elfenbeinkopf ins Meer zu werfen. Am 20. Juni verfielen die Matrosen Bohm und Schmidt, die tags zuvor krank gewesen waren, in heftigen Wahnsinn. Ich bedauerte, dass zu unserer Besatzung kein Arzt zählte, da deutsches Leben kostbar ist, doch die ununterbrochene Faselei der beiden über einen schrecklichen Fluch war der Disziplin höchst abträglich, und so wurden drastische Maßnahmen ergriffen. Die Mannschaft nahm das Geschehen widerspenstig hin, doch Müller schien es zu beruhigen, er machte uns danach keine Schwierigkeiten mehr. Am Abend ließen wir ihn frei, und er ging stumm seinen Pflichten nach. In der folgenden Woche waren wir alle sehr nervös und hielten Ausschau nach der Dacia, die Anspannung wurde durch das Verschwinden von Müller und Zimmer gesteigert, die ohne Zweifel als Folge der sie quälenden Ängste Selbstmord begangen hatten. Wenn gleich niemand Zeuge gewesen war, wie sie über Bord sprangen, ich war recht froh darüber, Müller los zu sein, denn selbst sein Schweigen hatte die Mannschaft noch ungünstig beeinflusst. Alle schienen nun sehr still zu sein, als verschwiegen sie eine geheime Furcht. Viele waren krank, aber keiner verursachte mehr Aufruhr. Leutnant Klenze wurde unter der Belastung sehr reizbar und ärgerte sich über die geringste Lappalie, etwa über eine Gruppe von Delfinen, die sich in immer größerer Zahl um die U29 scharrten, und über die zunehmende Stärke jener Südströmung, die nicht auf unserer Karte zu finden war. Schließlich wurde deutlich, dass wir die Dacia völlig verpasst hatten. Solches Scheitern ist nicht ungewöhnlich, und wir waren eher erfreut denn enttäuscht, da nun unsere Rückkehr nach Wilhelmshaven bevorstand. Am Mittag des 28. Juni drehten wir in nordöstliche Richtung, und trotz einiger komischer Komplikationen mit der ungewöhnlichen Menge Delfine waren wir bald auf dem Weg. Die Explosion im Maschinenraum um zwei Uhr früh kam völlig überraschend. Weder ein Maschinendefekt noch eine Nachlässigkeit der Mannschaft konnte festgestellt werden, und doch wurde das Boot ohne Vorwarnung von einem Ende zum anderen mit einer gewaltigen Erschütterung erfasst. Leutnant Klenze eilte in den Maschinenraum und fand den Treibstofftank und einen Großteil der Mechanik zerstört vor. Die Maschinisten Rabe und Schneider waren auf der Stelle getötet worden. Unsere Lage war mit einem Schlag tatsächlich sehr ernst geworden. Denn obgleich die chemischen Luftgeneratoren intakt waren und wir die Tauchzellen so lange betätigen konnten, wie die Druckluft und die Akkumulatoren es zuließen, waren wir doch nicht in der Lage, das U-Boot fortzubewegen oder zu steuern. In den Rettungsbooten Zuflucht zu suchen, hätte geheißen, uns in die Hände des Feindes zu begeben, der einen unmäßigen Groll gegen unsere große deutsche Nation hegte, und seit der Sache mit der Victory war uns kein Funkverkehr mit einem weiteren U-Boot der kaiserlichen Marine mehr gelungen. Vom Zeitpunkt dieses Ereignisses bis zum 2. Juli trieben wir im Grunde planlos stetig südwärts, ohne einem Schiff zu begegnen. Immer noch umkreisten Delfine die U-29, ein recht bemerkenswerter Umstand angesichts der Entfernung, die wir zurückgelegt hatten. Am Morgen des 2. Juli sichteten wir ein Kriegsschiff unter amerikanischer Flagge, und die Besatzung wurde sehr unruhig in ihrem Verlangen, sich zu ergeben. Schließlich musste Leutnant Klenze einen Matrosen namens Traube erschießen, der diesen undeutschen Akt mit besonderem Nachdruck erzwingen wollte. Dies stellte die Mannschaft für den Augenblick ruhig, und wir tauchten unbemerkt unter. Am nächsten Nachmittag erschien ein dichter Schwarm von Meeresvögeln aus dem Süden, und der Ozean begann unheilvoll zu wogen. Wir schlossen die Luken und warteten die Entwicklung ab, bis uns klar wurde, dass wir untertauchen mussten, andernfalls riskierten wir, dass das Boot voll schlug. Unser Luftdruck und der Strom waren im Schwinden begriffen, und wir wollten jeglichen unnötigen Verbrauch unserer kargen Ressourcen verhindern, doch blieb uns in diesem Falle keine andere Möglichkeit. Wir stiegen nicht tief hinab, und als die See sich nach einigen Stunden beruhigte, entschlossen wir uns, an die Oberfläche zurückzukehren. Dort gab es indessen neue Probleme, denn ungeachtet aller Bemühungen der Maschinisten reagierte das Boot nicht mehr auf unsere Führung. Als die Männer sich vor dieser Unterwassergefangenschaft zu fürchten begannen, murmelten einige erneut etwas über Leutnant Klenzes Elfenbeinbildnis, doch der Anblick einer Automatikpistole ließ sie verstummen. Wir hielten die armen Teufel so gut auf Trab wie möglich und ließen sie an den Maschinen herumflicken, obgleich wir wussten, dass es sinnlos war. Klenze und ich schliefen für gewöhnlich zu verschiedenen Zeiten, und es war während meines Schlafes gegen fünf Uhr früh am 4. Juli, dass die allgemeine Meuterei ausbrach. Die sechs übrig gebliebenen Matrosenschweine mutmaßten, wir seien verloren, gerieten in Raserei über unsere zwei Tage zurückliegende Weigerung, uns dem Yankee-Schlachtschiff zu ergeben, und ergingen sich in einer Tobsucht des Fluchens und der Zerstörung. Sie brüllten wie die Tiere, die sie waren, und zerstörten wahllos Instrumente und Einrichtungen. Dabei schrien sie von solchem Unsinn wie dem Fluch des Elfenbeinbildnisses und des dunkelhäutigen, toten Jünglings, der sie angesehen hatte und dann weggeschwommen war. Leutnant Klenze schien wie betäubt und blieb untätig, wie man es von einem weichen, weibischen Rheinländer erwartet. Ich erschoss aus Notwendigkeit alle sechs Männer und stellte sicher, dass keiner am Leben blieb. Wir entledigten uns der Leichen durch die Schleuse und waren nun allein in der U29. Klenze schien sehr nervös zu sein und trank viel. Es wurde beschlossen, dass wir so lange wie möglich am Leben bleiben wollten, unter Verwendung der großen Proviantvorräte und der chemischen Sauerstoffzufuhr, die unter den verrückten Mätzchen dieser Schweinehunde von Matrosen nicht gelitten hatte. Unsere Kompasse, Tiefenmesser und anderen empfindlichen Instrumente waren ruiniert, von nun an mussten wir uns auf Vermutungen anhand unserer Uhren, des Kalenders und des sichtbaren Dahintreibens verlassen, das wir an den Gegenständen einschätzen konnten, die wir durch die Bullaugen erspähten. Glücklicherweise ermöglichten die Akkumulatoren uns noch für lange Zeit den Gebrauch der Innenbeleuchtung wie auch der Suchscheinwerfer. Wir richteten den Strahl häufig auf die Umgebung des Schiffes, sahen aber nur Delfine, die parallel zu unserem eigenen Treibkurs schwammen. Ich hegte ein wissenschaftliches Interesse an diesen Delfinen, denn obwohl es sich beim gewöhnlichen Delfinus Delphis um einen Meeressäuger handelt, der ohne Luft nicht zu überleben vermag, beobachtete ich einen der Schwimmer zwei Stunden lang, ohne dass er seinen Kurs geändert hatte. Im Laufe der Zeit stellten Klenze und ich fest, dass wir nach wie vor südwärts trieben und dabei immer tiefer sanken. Wir beachteten die Flora und Fauna des Meeres und lasen viel über das Thema in den Büchern nach, die ich für die freien Augenblicke mitgenommen hatte. Ich musste jedoch die geringen wissenschaftlichen Kenntnisse meines Gefährten feststellen. Sein Geist war nicht der eines Preußen, sondern anfällig für Einbildungen und Spekulationen, die ohne Wert waren. Die Tatsache unseres nahen Todes machte ihn sonderbar betroffen, und er betete häufig voller Reue für die Familie, Frauen und Kinder, die wir auf den Meeresgrund geschickt hatten, wobei er vergaß, dass alles edel ist, was den deutschen Staaten dient. Nach einer Weile wurde er merklich unausgeglichen, starrte stundenlang seine Elfenbeinfigur an und spannte fantastische Geschichten über die verschollenen und vergessenen Dinge im Meer. Als psychologisches Experiment spornte ich ihn zuweilen in seinem Fieberwahn noch an und lauschte seinen endlosen poetischen Zitaten und Erzählungen über versunkene Schiffe. Es tat mir sehr leid um ihn, denn nur ungern sehe ich einen deutschen Leiden. Doch er war kein Mann, mit dem man gut zusammen sterben konnte. Bezüglich meiner Person empfand ich stolz, da ich wusste, wie das Vaterland mein Angedenken ehren und dass man meine Söhne dazu erziehen würde, Männer wie ich zu sein. Am 9. August suchten wir den Meeresboden ab und ließen einen starken Scheinwerferstrahl darüber hinweg gleiten. Es war eine gewaltige, wellenförmige Ebene, die größtenteils mit Seetang und den Schalen kleiner Molusten bedeckt war. Hier und da fanden sich schleimige Objekte von rätselhafter Form, bedeckt von Algen und mit Entenmuscheln verkrustet, die Glänze für uralte Schiffe in ihrem Meeresgrab hiel. Er war von einem Ding verwirrt, eine Art Spitze aus festem Material, die sich bis etwas mehr als einen Meter aus dem Meeresboden erhob, im Durchmesser weniger als einen Meter umfasste und flache Seiten und glatte Oberflächen aufwies, die extrem stumpfwinklig aufeinandertrafen. Ich bezeichnete diese Spitze als aufragenden Fels, doch Glänze glaubte Reliefs darauf zu erkennen. Nach einer Weile erschauderte er und wandte sich von dem Anblick ab, als wäre er verängstigt. Doch konnte er keine andere Erklärung dafür geben als jene, dass die gewaltige Größe die Entlegenheit, das Alter und die Rätsel der Meeresabgründe ihn überwältigt hätten. Sein Geist war unaufmerksam, doch ich bin stets ein Deutscher und bemerkte rasch zwei Dinge, dass die U29 dem Tiefseedruck prächtig standhielt, und dass die eigenartigen Delfine uns noch immer umgaben, in einer Tiefe, in der die Existenz hochentwickelter Lebewesen nach Ansicht der meisten Naturkundler unmöglich ist. Ich war mir sicher, dass ich unsere Tiefe zuvor überschätzt hatte, dennoch musste sie groß genug sein, um diese Phänomene bemerkenswert erscheinen zu lassen. Wie ich am dahinziehenden Meeresboden erkennen konnte, entsprach die Südwärtsbewegung dem von mir im höheren Bereich geschätzten Tempo. Es war am 12. August um 3.15 Uhr nachmittags, dass der arme Klenze gänzlich dem Wahnsinn anheimfiel. Er hatte sich zuvor im Kommandoturm befunden und den Suchscheinwerfer betätigt, ehe er in die Bibliotheksabteilung hereinplatzte, in der ich gerade lesend saß. Sein Gesicht verriet ihn sofort. Ich werde an dieser Stelle das von ihm Gesagte wiederholen und jene Worte hervorheben, die er mit Nachdruck betonte. »Er ruft! Er ruft! Ich höre ihn! Wir müssen gehen!« Beim Sprechen nahm er sein Elfenbeinbildnis vom Tisch, steckte es in die Tasche, ergriff mich am Arm und versuchte mich, die Kajütentreppe hinauf zum Deck zu zerren. Binnen Sekunden begriff ich, dass er vorhatte, die Luke zu öffnen und sich mit mir ins Wasser zu stürzen. Eine selbstmörderische Laune, auf die ich kaum vorbereitet gewesen war. Als ich mich wehrte und ihn zu beruhigen versuchte, wurde er immer heftiger und sagte, »Komm jetzt! Warte nicht bis später! Es ist besser zu bereuen und Vergebung zu erlangen, als verstockt zu sein und verdammt zu werden!« Dann gab ich die Beschwichtigungstaktik auf und sagte ihm, er sei wahnsinnig, jämmerlich verrückt. Doch das ließ ihn kalt, und er sagte, »Sollt dich verrückt sein! So ist das eine Gnade! Mögen die Götter sich des Mannes erbarmen, der dank seiner Gefühllosigkeit bis zum entsetzlichen Ende bei Verstande bleibt! Komm und sei verrückt, während er noch voller Gnade ruft!« Dieser Ausbruch schien den Druck in seinem Gehirn zu mildern, denn als er fertig war, wurde er viel sanfter und bat mich darum, ihn allein gehen zu lassen, wenn ich ihn schon nicht begleiten wolle. Meine Vorgehensweise wurde mir sogleich klar. Er war ein Deutscher, wenn auch nur ein Rheinländer und Bürgerlicher. Zudem war er nun ein potenziell gefährlicher Irrer. Indem ich seiner selbstmörderischen Bitte nachgab, konnte ich mich unverzüglich eines Mannes entledigen, der nicht länger ein Gefährte war, sondern eine Bedrohung darstellte. Ich bat ihn, mir das Elfenbeinbildnis zu geben, bevor er ging, doch brachte mir diese Bitte ein so unheimliches Gelächter von ihm ein, dass ich sie nicht wiederholte. Dann fragte ich ihn, ob er irgendein Andenken oder eine Haarlocke für seine Familie in Deutschland hierzulassen wünsche, für den Fall, dass ich gerettet werden sollte. Doch wiederum entgegnete er mir mit jenem sonderbaren Lachen. Als er dann die Leiter erklomm, ging ich zum Hebel und betätigte die Maschinerie, die ihn in den Tod schickte. Als ich sah, dass er sich nicht mehr an Bord befand, suchte ich das uns umgebende Gewässer mit dem Scheinwerfer ab, um einen letzten Blick auf ihn werfen zu können, denn ich wollte mich vergewissern, ob der Wasserdruck ihn sofort plattquetschen würde, wie das theoretisch geschehen musste, oder ob sein Leichnam wie diese außergewöhnlichen Delfine davon unbeschadet bliebe. Es gelang mir jedoch nicht, meinen verstorbenen Gefährten auszumachen, denn die Delfine scharrten sich dicht um den Kommandoturm und nahmen mir die Sicht. An jenem Abend bedauerte ich, das Elfenbeinbildnis nicht heimlich aus der Tasche des armen Klenze genommen zu haben, als er ging, denn ich war von der Erinnerung daran fasziniert. Ich konnte das jugendliche schöne Haupt mit der Blätterkrone nicht vergessen, obschon ich vom Wesen her kein Künstler bin. Zudem tat es mir leid, dass ich niemanden mehr zur Unterhaltung hatte. Klenze war, wenngleich er nicht meinem geistigen Rang entsprach, doch besser als nichts gewesen. Ich schlief nicht gut in dieser Nacht und fragte mich, wann genau das Ende kommen würde. Gewiss war die Möglichkeit meiner Rettung überaus gering. Am nächsten Tag stieg ich in den Kommandoturm und begann mit der üblichen Scheinwerfererkundung. Gegen Norden bot sich der gleiche Anblick wie an den vier vorangegangenen Tagen, seit wir den Meeresboden gesichtet hatten. Doch ich bemerkte, dass das Driften der U-29 sich verlangsamt hatte. Als ich den Scheinwerfer südlich ausgerichtet, fiel mir auf, dass der Meeresboden merklich steil abfiel und an gewissen Stellen sonderbar regelmäßige Steinquader aufwies, die einem regelmäßigen Muster zu entsprechen schienen. Das Boot fiel nicht sofort gemäß der größeren Meerestiefe ab, weshalb ich mich bald dazu gezwungen sah, den Scheinwerfer so zu richten, dass er einen starken Strahl nach unten warf. Aufgrund des abrupten Stellungswechsels löste sich ein Kabel, dessen Reparatur eine Verzögerung von mehreren Minuten zufolge hatte, doch endlich strahlte das Licht wieder und überflutete das Meerestal unter mir. Ich neige nicht zu Gefühlsregungen irgendeiner Art, doch mein Erstaunen war sehr groß, als ich sah, was ich mir in jenem elektrischen Licht offenbarte. Und doch hätte ich als jemand, der in der besten Kultur Preußens erzogen worden war, nicht erstaunt sein sollen, denn die Geologie und die Überlieferungen berichteten uns gleichermaßen von großen Umwälzungen in den ozeanischen und kontinentalen Gebieten. Ich sah eine weitläufige und kunstfertige Anordnung verfallener Bauwerke. Alle waren von prachtvoller, wenn gleich nicht zu klassifizierender Architektur und befanden sich in unterschiedlichem Erhaltungszustand. Die meisten schienen aus Marmor zu sein und schimmerten weiß in den Strahlen des Scheinwerfers. Dem Grundriss nach handelte es sich um eine große Stadt in einem engen Tal mit freistehenden Tempeln und Villen auf den steilen Hängen darüber. Die Dächer waren eingestürzt und die Säulen zerbrochen, doch verblieb noch immer eine Aura unvollstellbar alten Glanzes, die nichts auszulöschen vermochte. Da ich nun mit jenem Atlantis konfrontiert war, das ich zuvor größtenteils als Mythos erachtet hatte, wurde ich zum kühnsten aller Forscher. Am Grunde dieses Tales war einst ein Fluß verlaufen, denn als ich die Landschaft näher untersuchte, erblickte ich die Überreste steinerner und marmorner Brücken, Dämme, Terrassen und Uferstraßen, die einstmals grün und schön gewesen sein mussten. In meiner Begeisterung wurde ich beinahe so idiotisch und sentimental wie der arme Glänze und bemerkte erst spät, dass die Südströmung endlich versiegt war, was der U29 gestattete, sich langsam in der versunkenen Stadt niederzulassen, so wie ein Flugzeug in einer Stadt auf der Erdoberfläche landete. Ich bemerkte auch erst spät, dass die ungewöhnliche Delfingruppe verschwunden war. Nach ungefähr zwei Stunden ruhte das Boot auf einem gepflasterten Platz nahe der Felswand des Tales. Auf einer Seite konnte ich die gesamte Stadt überblicken, die sich von meinem Standort bis hinab zum alten Flussufer erstreckte. Auf der anderen Seite befand ich mich in überraschender Nähe der reich verzierten und perfekt erhaltenen Fassade eines großen Gebäudes, offensichtlich eines Tempels, der in den soliden Fels hineingebaut worden war. Über die ursprüngliche Kunstfertigkeit dieses gewaltigen Bauwerks kann ich nur Mutmaßungen anstellen. Die Fassade von immenser Pracht bedeckt anscheinend einen durchgehenden Raum, denn sie weist viele Fenster auf, die großzügig verteilt sind. In der Mitte gähnt ein großes, offenes Tor, das man über eine eindrucksvolle Treppenflucht erreicht, gesäumt von vorzüglich gearbeiteten Reliefs, die Gestalten eines Bachanas darzustellen scheinen. Zuvorderst stehen die großen Säulen und Friese, geschmückt mit Bildnissen von unaussprechlicher Schönheit, die offenkundig idealisierte ländliche Szenen und Prozessionen von Priestern und Priesterinnen darstellen, die sonderbares zeremonielles Gerät zur Anbetung einer strahlenden Gottheit tragen. Die Kunst ist von überaus erstaunlicher Vollkommenheit, von der Auffassung her hellenisch, doch merkwürdig eigenständig. Sie vermittelt den Eindruck außerordentlichen Alters, als wäre dies der entfernteste und nicht der unmittelbare Vorfahre griechischer Kunst. Ich bezweifle nicht, dass jede Einzelheit dieses gewaltigen Werkes aus dem jungfräulichen Hügelfelsen unseres Planeten gefertigt wurde. Es ist augenfällig, dass es ein Teil der Talwand ist, doch mit welchen Mitteln das gewaltige Innere je ausgehöhlt worden war, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht stellte eine Höhle oder eine Kette von Höhlen den Kern dar. Weder Zeit noch Überflutung haben die ursprüngliche Erhabenheit dieses ehrfurchtgebietenden Tempels, denn ein solcher musste es gewesen sein, zerstören können, und heute ruht er nach tausenden von Jahren unbefleckt und unversehrt in der endlosen Nacht und Stille einer Meeresspalte. Ich kann die Zahl der Stunden nicht ermessen, die ich damit zubrachte, die versunkene Stadt mit ihren Gebäuden, Bogen, Standbildern und Brücken und kolossalen Tempeln in seiner Schönheit und Rätselhaftigkeit zu betrachten. Obgleich ich wusste, dass der Tod nahe war, brannte meine Neugier und ich ließ den Strahl des Scheinwerfers bei meiner eifrigen Suche kreisen. Der Lichtstrahl erlaubte mir, viele Einzelheiten zu erfassen, gewährte mir jedoch keinerlei Einblick in das klaffende Tor des aus dem Fels gehauenen Tempels, und nach einer Weile schaltete ich den Strom ab, da ich mir der Notwendigkeit des Energiesparens bewusst war. Die Strahlen waren nun erheblich schwächer als in den Wochen des Umhertreibens, und als wäre es vom nahenden Entzug des Lichtes angefacht worden, wuchs mein Verlangen, die wasserumspülten Geheimnisse zu erkunden. Ich, ein Deutscher, wäre der Erste, der seit Äonen auf diesen vergessenen Faden schritt. Ich holte einen metallverstärkten Tiefseetaucheranzug hervor und experimentierte mit der tragbaren Lampe und dem Luftgenerator. Obgleich ich wohl Probleme damit haben würde, die Doppelluke oben zur Hand haben, glaubte ich, all diese Hürden mit meiner wissenschaftlichen Begabung überwinden und persönlich durch die Tote Stadt wandeln zu können. Am 16. August gelang mir der Ausstieg aus der U29, und ich bahnte mir mühsam den Weg durch die zerfallenen und vom Schlamm begrabenen Straßen bis zum Alten Fluß. Ich fand keine Skelette oder sonstigen menschlichen Überreste, sammelte aber anhand von Skulpturen und Münzen eine Fülle an archäologischen Erkenntnissen. Davon kann ich nun nicht sprechen, möchte aber meine Ehrfurcht ausdrücken angesichts einer Kultur, die in vollem Glanze stand, als Europa von Höhlenbewohnern durchstreift wurde und der Nil noch unbeobachtet ins Meer floss. Andere müssen unter Anleitung dieses Manuskripts, sollte es denn je gefunden werden, die Geheimnisse enthüllen, die ich hier nur andeuten kann. Ich kehrte zum Schiff zurück, da meine elektrischen Batterien schwächer wurden, und faßte den Entschluß, den Felsentempel am nächsten Tag zu erforschen. Am siebzehnten, als mein Drang, das Geheimnis des Tempels zu erkunden, noch beharrlicher wurde, überkam mich eine große Enttäuschung, denn ich stellte fest, dass die zum Aufladen der tragbaren Lampe benötigten Materialien beim Aufstand dieser Schweine im Juli vernichtet worden waren. Mein Zorn war grenzenlos, doch mein deutscher Verstand verbot mir, mich unvorbereitet in das stockfinstere Innere zu wagen, das sich als die Höhle eines unbeschreiblichen Seeungeheuers oder als ein Labyrinth von Gängen erweisen mochte, aus dessen Windungen ich mich nie wieder würde befreien können. Ich konnte nur das schwindende Licht des Suchscheinwerfers der U29 anstellen und mit seiner Hilfe die Tempelstufen hinaufschreiten und die Reliefs an der Außenseite studieren. Der Lichtstrahl trat in aufwärts geneigtem Winkel durch das Tor, und ich spähte hinein, ob ich nicht irgendetwas erkennen könnte, doch es war alles umsonst. Nicht einmal das Dach war sichtbar, und ob schon ich einen oder zwei Schritte hineingegangen war, nachdem ich den Boden mit einem Stock geprüft hatte, wagte ich mich nicht weiter vor. Mehr noch, zum ersten Mal in meinem Leben verspürte ich das Gefühl der Angst. Ich begann zu begreifen, was einige von Glänzens Launen verursacht hatte, denn als ich dem Tempel näher und immer näher kam, fürchtete ich seine wassergefüllten Abgründe mit blindem und wachsendem Grauen, und als ich zum Unterseeboot zurückgekehrt war, drehte ich die Lichter aus und saß grübelnd in der Dunkelheit. Die Elektrizität musste nun für Notfälle aufgespart werden. Samstag, den 18. brachte ich in völliger Finsternis zu, gemartert von Gedanken und Erinnerungen, die meinen deutschen Willen zu überwältigen drohten. Glänze war verrückt geworden und umgekommen, bevor er bei diesem finsteren Überbleibsel einer entsetzlichen, fernen Vergangenheit angelangt war, und hatte mir geraten, mit ihm zu gehen. Bewahrte denn das Schicksal meinen Verstand nur auf, um mich unwiderstehlich einem Ende zuzutreiben, das grausiger und unvorstellbarer war als alles, was ein Mensch sich erträumen mochte? Meine Nerven waren eindeutig auf eine harte Probe gestellt, und ich musste diese Gedankenspiele schwacher Männer abschütteln. Samstagnacht konnte ich nicht schlafen und drehte ohne an den Morgen zu denken das Licht an. Es war ärgerlich, dass die Elektrizität nicht so lange wie die Luft und der Proviant reichen würde. Ich ließ meine Gedanken an den Freitod wieder aufleben und untersuchte meine automatische Pistole. Gegen Morgen musste ich wohl bei angeschaltetem Licht eingeschlafen sein, denn ich erwachte gestern Nachmittag im Dunkeln und stellte fest, dass die Batterien leer waren. Ich zündete in rascher Folge mehrere Streichhölzer an und bedauerte verzweifelt die Unbedachtsamkeit, die uns schon vor langem dazu verleitet hatte, die wenigen mitgenommenen Kerzen aufzubrauchen. Nachdem das letzte Zündholz, das ich zu verschwenden wagte, erloschen war, saß ich sehr still und ohne Licht da. Als ich über das unvermeidliche Ende nachdachte, durchlief mein Geist die vorangegangenen Geschehnisse. Dabei verstärkte sich in mir eine bislang unbewusste Empfindung, die einen schwächeren und abergläubischen Mann hätte erschaudern lassen. Das Haupt der strahlenden Gottheit unter den Skulpturen am Felsentempel ist identisch mit jenem geschnitzten Stück Elfenbein, das der tote Matrose aus dem Meer gebracht und der arme Klenze dorthin zurückgetragen hatte. Ich fühlte mich ein wenig benommen durch diesen Zufall, entsetzte mich aber nicht darüber. Nur der minderwertige Denker erklärt das Eigenartige und Vielschichtige auf dem primitiven Umweg des Übernatürlichen. Der Zufall war sonderbar, doch war ich ein zu vernünftiger Denker, um Umstände in Beziehung zueinander zu setzen, die keinen logischen Zusammenhang besaßen. Doch wollte ich die katastrophalen Ereignisse, die von der Sache mit der Victory bis zu meinem jetzigen Los führten, miteinander verknüpfen. Da ich mich ein wenig ruhebedürftig fühlte, nahm ich ein Beruhigungsmittel und sicherte mir so etwas Schlaf. Der Zustand meiner Nerven fand seinen Widerhall in meinen Träumen, denn ich schien die Schreie von Ertrinkenden zu hören und tote Gesichter zu sehen, die sich gegen die Bullaugen des Bootes drückten. Zu den toten Gesichtern zählte das lebendige, spöttische Antlitz des Jünglings mit dem Elfenbeinbild. Ich muss vorsichtig sein, stellte ich beim heutigen Erwachen fest, weil ich mit den Nerven am Ende bin. Und so mischen sich zwangsläufig Sinnestäuschungen mit den Tatsachen. Psychologisch betrachtet ist mein Fall höchst interessant, und ich bedauere, dass er nicht von kompetenten deutschen Fachgrößen wissenschaftlich untersucht werden kann. Nachdem ich die Augen aufgeschlagen hatte, war meine erste Empfindung ein überwältigendes Verlangen, den Felsentempel aufzusuchen, ein Verlangen, das mit jedem Augenblick wuchs, dem ich jedoch unwillkürlich aus einem Angstgefühl heraus zu widerstehen versuchte, das in die entgegengesetzte Richtung arbeitete. Als nächstes drängte sich mir der Eindruck von Licht inmitten der Finsternis auf, und ich schien durch das Bullauge, das zum Tempel hinausging, eine Art phosphorisierendes Leuchten zu sehen. Dies entfachte meine Neugierde, denn ich wusste von keinem Tiefseeorganismus, der fähig gewesen wäre, ein solches Strahlen zu erzeugen. Doch noch ehe ich dieses Phänomen untersuchen konnte, stürmte ein dritter Eindruck auf mich ein, und aufgrund seiner Irrationalität sah ich mich gezwungen, die Objektivität dessen in Zweifel zu ziehen, was meine Sinne wahrzunehmen schienen. Es war eine akustische Täuschung, eine Empfindung rhythmischen, melodischen Klanges, wie von einem wilden, doch schönen Gesang oder hymnischen Choral, der von außerhalb durch die vollkommen schalldichte Hülle der U29 drang. Da ich von der Abnormalität meines psychologischen und nervösen Zustandes überzeugt war, zündete ich einige Streichhölzer an und schluckte eine große Dosis Natrium-Bromid-Lösung, die mich so weit zu beruhigen schien, dass die Klangillusion verschwand. Doch das Phosphor glühen blieb, und ich hatte Schwierigkeiten, dem kindischen Impuls zu widerstehen, zum Bullauge zu gehen und seinen Ursprung auszumachen. Es war fürchterlich real, und mit seiner Hilfe konnte ich alsbald die vertrauten Gegenstände in meiner Umgebung erkennen, ebenso wie das leere Natrium-Bromid-Glas, das ich vorher auf seinem Platz nicht hatte sehen können. Dieser letzte Umstand machte mich nachdenklich, und ich durchquerte den Raum und berührte das Glas. Es befand sich in der Tat an der Stelle, wo ich es zu sehen geglaubt hatte. Nun wusste ich, dass das Licht entweder wirklich war, oder aber Teil einer so dichten und folgerichtigen Halluzination, dass ich nicht darauf hoffen konnte, sie zu zerstreuen, weshalb ich allen Widerstand aufgab und in den Kommandoturm stieg, um nach der Lichtquelle zu suchen. Konnte es nicht vielleicht ein anderes U-Boot sein, sodass ich auf Rettung hoffen konnte? Es wird gut sein, wenn der Leser nichts vom Folgenden als objektive Wahrheit akzeptiert, denn da die Geschehnisse die Grenzen der Naturgesetze überschreiten, sind es zwangsläufig die subjektiven und unwirklichen Ausgeburten meines überbeanspruchten Geistes. Als ich den Kommandoturm erreichte, bemerkte ich, dass das Meer im Allgemeinen weit weniger leuchtete, als ich erwartet hatte. Keine tierische oder pflanzliche Lichtquelle waren zu sehen, und die Stadt, die sich bis hinab zum Fluss erstreckte, lag unsichtbar in der schwarzen Finsternis. Was ich sah, war nicht spektakulär, weder grotesk noch erschreckend, doch es raubte mir den letzten Rest an Vertrauen in meinen Bewusstseinszustand, denn das Tor und die Fenster des aus dem Felshügel gehauenen Unterwassertempels erstrahlten lebhaft in flackerndem Schein, als würde tief im Inneren eine gewaltige Altarflamme brennen. Die späteren Vorfälle sind chaotisch. Als ich das unheimlich leuchtende Tor und die Fenster anstarrte, fiel ich höchst überspannten Trugbildern zum Opfer, derart überspannten Trugbildern, dass ich sie nicht einmal wiederzugeben vermag. Ich glaubte, Gegenstände im Tempel zu erkennen, stillstehende und bewegliche Gegenstände, und erneut schien ich den unwirklichen Gesang zu hören, der mir beim Erwachen ans Ohr gedrungen war. Und über alledem erhoben sich Gedanken und Ängste, die um den Jüngling aus dem Meer und das Elfenbeinbildnis kreisten, das auf den Friesen und Säulen des Tempels vor mir wiederkehrte. Ich dachte an den armen Klenze und fragte mich, wo sein Leichnam mit dem Bildnis ruhen mochte, das er zurück ins Meer getragen hatte. Er hatte mich für etwas gewarnt, und ich hatte es nicht beachtet. Doch war er ein schwachsinniger Rheinländer, der angesichts von Problemen wahnsinnig wurde, die ein Preuße mit Leichtigkeit zu ertragen vermag? Der Rest ist sehr einfach. Mein Drang, den Tempel aufzusuchen und zu betreten, ist nun zu einem unerklärlichen und herrischen Befehl geworden, dem ich mich nicht verweigern kann. Mein deutscher Wille bestimmt nicht länger mein Handeln, und freie Entscheidungen sind mir von nun an nur noch in geringfügigen Angelegenheiten möglich. Solcher Wahnsinn war es, der Klenze barhäuptig und schutzlos ins Meer, in den Tod getrieben hatte. Doch ich bin ein Preuße und ein Mann des Verstandes. Ich werde bis zum Letzten den wenigen Willen nutzen, der mir verbleibt. Als ich zum ersten Mal erkannte, dass ich würde gehen müssen, bereitete ich meinen Tauchanzug, den Helm und den Luftgenerator zum sofortigen Gebrauch vor, und zugleich fing ich an, diese überstürzte kleine Chronik in der Hoffnung niederzuschreiben, dass sie eines Tages die Welt erreichen wird. Ich werde das Manuskript in einer Flasche versiegeln und dem Meere anvertrauen, wenn ich die U29 für immer verlasse. Ich habe keine Furcht, nicht einmal wegen der Prophezeiungen des verrückten Klenze. Was ich gesehen habe, kann nicht der Wahrheit entsprechen, und ich weiß, dass mein eigener Wahn im schlimmsten Falle nur zum Ersticken führen wird, sobald meine Luft aufgebraucht ist. Das Licht im Tempel ist eine bloße Täuschung, und ich werde wie ein deutscher Seelenruhig in den schwarzen und vergessenen Tiefen sterben. Dies dämonische Gelächter, das ich während der Niederschrift vernehme, stammt allein aus meinem schwächer werdenden Hirn, und so werde ich mit aller Sorgfalt meinen Taucheranzug anlegen und tapfer die Stufen zu diesem unermesslichen alten Schrein hinaufsteigen, jenem stummen Geheimnis unergründeter Wasser und ungezählter Jahre. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!